Ja, ja, wir helfen dir. Jo, helfen wir mal, Dana-Mutter. Wir haben sowieso noch keine Dorfuhre, also wäre das ganz hilfreich. Ich darf in keiner Siedlung fehlen. Den Gewalttäter entmutigen. Scheiße, darf ich den nicht töten? Ja, 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 kommt ja gleich. Ich muss kurz hier wechseln, sonst töte ich den noch. Alter, du kriegst gerade voll aufs Maul von mir, Junge. Sei du mal ruhig. Ach, wie nett, er lässt ihn sogar noch gehen. Jetzt komm, Kugel in den Rücken. Ich komm schon allein zurecht. Wenn er zurückkommt, wird er es mir doppelt heimzahlen. Warum bleibst du bei so einem Handel? Das ist mein Haus und mein Geschäft. Alles durch meine Schneiderei. Ah, eine Schneiderin, okay. Dann müssen wir woanders eine Dorfnote finden. Sehr schön, Schneiderin. Da können wir uns eventuell... Keine Ahnung, was man sich da holen kann. Vielleicht kann man damit dann so Kleidung irgendwie machen oder so. Outfits, noch so Sonderoutfits. Sehen wir dann. Wir haben erstmal die Mission geändert und jetzt muss ich warten. Jetzt kann ich wieder hier ins Dingsmenü gehen. Gehen wir doch mal in Richtung vor. Uh, oder? Erstmal Schatztruhe hier. Erstmal Schatztruhe, ne? Ah, ich hab schon wieder Bekanntheitsgrad 2 hier. Ach, Junge. Daneben. Oh. Zack, zack. Uh, voll in die Schädeldecke von oben rein. Wie geil ist das denn, ey? So. Befragungsmission war hier. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt irgendwie. Boah, voll geil. Ja, komm. Okay, die sind ganz witzig. Damit kann man die Dicken vielleicht ganz gut loswerden. Ach, die wollen jetzt auch aufs Maul von mir bekommen. Na, von mir aus. Ach, komm, halt du dich da mal raus. Also, sind das hier schon wieder für eine Art. So, ihr auch noch? Na gut. Von mir aus. Ihr seid sowieso Bobos. Verfluchte Rotärsche. Jetzt wird's aber Zeit, eine Druckerei hier zu finden. Okay. Macht er auch was? Ah, okay. Gut, gut. Oh, ja, fuckl ab. Jawohl, das haben wir alles. Können wir weg? Oh, cool. Mussten wir hier nicht mal? Das ist doch gut. Ich muss jetzt allerdings ganz dringend zur Druckerei. Ansonsten habe ich gleich, naja, ziemlich viel Scheiße an Fuß hängen. Kann man das so sagen? Ja, ich denke schon. Oh, wie die mich einfach nicht finden. Daneben! Bobo. Und Tschüss. Zack! So, du Pissnilke. Gute Landung auf der Treppe. Und Tschüss. Haha. Voll verkackt. Anonym werden, um zu bestechen. Jetzt kann ich wahrscheinlich gar nicht. Doch. Ich bin anonym. Sehr gut. So. Das hätten wir erledigt. Gut. Ja, wenn wir schon hier auf der Höhe sind, ne? Gehen wir einmal ganz auf die andere Seite rüber. Waren das geplant, aber jetzt ist es nun mal so. Also mache ich das jetzt auch so. Ah, gleich erstmal hier ein bisschen, kannst du jetzt gerade wieder steigern, ne? Nicht mit mir, nicht mit mir, nicht mit mir. Hey. Ja, komm. Allein schon. Joa, komm Verpiss dich Jetzt gibts aufs Maul, Junge Jetzt gibts aufs Maul Das ist dein Ende So, ihr Flachwichser hier Könnt mir mal die Eier kraulen Komm, indirekt von oben Kelin Dann nicht Auch gut Ich mag das Zeug Gefällt mir Gefallen mir die Rauchbomben Giftpfeile, auch gut Ich will mehr Rauchbomben haben Die sind geil, Rauchbomben Jawohl, ne Rauchbombe Schade Naja Immerhin Zu viel haben wir noch Ach ne, das ist noch die eine Rauchbombe immer noch Gut, einer unserer Assassinen Lehrlings Dingster Boomster Ist verletzt Das ist natürlich uncool Ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht, wie lange brauchen die überhaupt Dass sie wieder Heile, heile Sind Ach komm Zettelt mal ein Tumult an Oh, und da sollen wieder welche erschossen werden Ohne mich Ohne mich Rauchbomben sind geil Einfach nur Ich hätte auch Rauchbomben machen können Sprengfalle platzieren können Und dann abhauen Wäre auch ganz geil gekommen, glaube ich Eine Exekution verhindern Ja Haben wir drei von dreien Nicht bei mir Nicht bei mir So Da haben wir direkt ne Schatzkiste Boah Jo, genau Und tschüss Haha Bobos Alter, wie gleich wieder hier die ganze Bobo-Armee ankommt Ich bin nur Bekanntheitsgrad 1 Warum greifen die mich an Ja, genau, ey So, Moment Ein Plan Wo haben wir es denn Da haben wir es ja Scheiße Oh, der will jetzt noch So Gut Läuft immer nicht ganz so wie es soll Ne Aber Wir haben Das erledigt Die eine Dingsmission Da hätte ich Befreiungsmission Genau Das heißt Wir können uns den Klunker da holen Fehlen ja auch nicht mehr Allzu viele Aussichtspunkte sind hier auch In der Nähe Wir haben noch genug zu tun Bei weitem Ach komm Der hat doch keine Chance Alter, wie gleich wieder hier die ganze Ach komm Ich werde mit dir reden ohne mich Ach komm Ey Weißt du Einer nach dem anderen will hier drauf gehen Einfach nur Ja Ach komm Boah, ich bin voll unsichtbar Ach ja Ist schon schön mit den Kollegen Was mich immer noch Aufpisst Ist Äh Anpisst Ist dass die meine Konter einfach Auskontern Und so ein Scheiß Ey Das geht mir richtig Auf den Sack So Da haben wir noch eine Befreiungsmission Ach Haben wir die doch nicht gemacht Versehentlich Egal Ich senke erstmal kurz hier meinen Bekanntheitsgrad Wir haben schon 21 Klunker Noch 3 Klunker Und dann haben wir es Sehr gut Sehr gut Was nehmen wir denn da Bogen Ach komm Verpisst dich Ganz ehrlich Ich hatte den gerade so weit Dass ich ihn ein bisschen Hier verprügeln konnte Aber nein Da müssen gleich hier die Hilfs-Sheriffs Angeschissen kommen Stinkt alle nach Pisse Ja Komm hier Bam Verrecke Ja Schön den Rücken Ey Wieso kann ich den nicht töten Wie komme ich zu deinem Befehlshaber Okay Gar nicht Er trifft nur seine engsten Vertrauten Auch wenn du ihn findest Kommst du nicht an ihn ran Okay What the fuck Um Informationen zu erhalten Ah Okay So was sollen wir für den Kollegen Hier machen Du musst es sein Ich warte schon so lange Ich weiß wer die Verräter sind Und sie bringen Listen Mit den Namen führender Patrioten Zu den Rotröchern Finde einen Weg Die Listen durch diese Fälschungen Zu ersetzen Dann geht die Rebellion weiter Okay Okay Scheiße Da war ich etwas zu schnell Unterwegs Ach komm Jetzt geh weiter Du Pimmel Och Da ist jemand Zack Verrecke Meine Fresse nochmal Ey Was ist denn das für eine Schwuchtel So Nächstes Ziel Erstmal der Aussichtspunkt Würde ich sagen Ich wollte gerade sagen Der ist aber ganz schön niedrig Für einen Aussichtspunkt Und warum ist es jetzt wieder Sommer Obwohl es eigentlich Winter ist Haben sie etwa New York Nicht Winter Hier gemacht Tja Wach und So Jawoll Nein Och Mann Ey Ist doch ein Witz So Jetzt aber Schwerter Plan erhalten Uh Plan für Schwerter Offizier Schwerter Geil Voll viele Pläne Oh Haarschmuck Ganz wichtig Hysterie Medizin Feuerwaffen Nice Breiderwand Schiffstau Band Bandagen Bandhaken Bandhaken So Aussichtspunkt Ganz ruhig Kletterst du halt nochmal hoch Das ist kein Problem Ja Da wollte ich eben schon wieder rumbrüllen Diesmal aber los Ja Ja geht doch ey Nochmal und ich hätte hier Was hab ich hier zum rumwerfen Ach Irgend so ne Dose So Runter damit Dir Schlampe So Die Befreiungsmission Nochmal zustecken Dem was Diesmal muss ich einfach Langsamer gehen Dann wird's Vielleicht auch was Achso Ja und der hat nichts Besseres zu tun Als erstmal mich Hier anzugreifen Ah verdammt Und ich drücke hier die ganze Zeit Die falsche Taste So jetzt Uh Nicht schlecht Kann der mal Hops gehen Mach dir mal den Rest Was ist denn das für einer Achso Ich dachte gerade 104 Meter Konter Was ist das denn Knack Jupp Danke Gute Arbeit Ich glaube hier ist allerdings Die Geschichte näher Deswegen mach ich die zuerst Kacken Ich weiß wer die Verräter sind Okay Sie haben Listen mit den Anführern der Patrioten Wenn sie sie den Rotrücken übergeben Ist die Rechnung in den Händen Ja ja ich muss austauschen Kenn ich schon Du musst sie irgendwie durch diese Fälschung Alter der hat sich die ganze Zeit hinter dem Pfeiler da versteckt Voll der Ninja Jetzt geh schon weiter Ich will dich schon wieder abstechen hier Ich hab schon wieder so das Verlangen danach Alter das darf nicht wahr sein Was ist denn das für eine Mimose Egal Scheiß drauf Ganz ehrlich Die Missionen gehen mir so auf den Piss Ne Das gibt's gar nicht So Die da oben noch Ein Versuch da oben noch Und wenn das nichts wird Dann brauche ich erstmal eine Pause Nein Joa Schauen wir dann weiter So noch 70 Meter Ein Rekrut hat einen neuen Rang erreicht Das ist gut Am Arsch Ja da hat er sich jetzt wieder aufraffen können für ne So Und bleib liegen Ach Das war Eeeh Nicht Leertaste zum Plündern Echt Genie So Kennen wir ja schon Hoffentlich erzählt er uns jetzt nicht wieder seine Lebensgeschichte Scheiße 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 Ja ist klar dass du das weißt Wenn ich die Verräter töte Dann geht die Rebellion weiter So Gut Das haben wir geschafft Joa Ich würde sagen Den nördlichen Teil haben wir schon ganz gut abgegrast Ne Es geht dann das nächste Mal wahrscheinlich hier mit der Almanachseite weiter Und dann arbeite ich mich hier rüber Und mach das vor auch noch Und ja dann geht es weiter nach Süden Und Irgendwann kommt dann das Ich will die Schatzruhe noch haben Scheiße Egal Mach ich auch beim nächsten Mal Oder nachher Würde ich sagen Ist noch relativ früh Ich würde sagen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und dann bis zum nächsten Mal Ciao